hey ho und herzlich willkommen zurück leute zu einer neuen folge von the sinking city wir haben ja in der letzten folge immer noch den auftrag gehabt die überlebenden oder tonrouten von der meeres expedition zu finden und dieser auftrag hat uns genau hierher zum hafen geführt und zwar zur anlegestelle 3 das heißt also hier hinten lang ja da sind lang gegangen und dort ja haben wir einige tote personen vorgefunden und einen überlebenden der uns gesagt hat dass er hilfe braucht denn dort waren diese komischen viecher auf jeden fall die aber besiegt und dann haben wir rausbekommen dass halt captain senders der einzige überlebende hier ist und der hat sich an der schulter verletzt ich habe jetzt mal kurz die stelle markiert bevor wir jetzt begonnen haben denn es gibt hier in der nähe im übrigen ein krankenhaus ja ich zeige euch mal ganz kurz das ist hier hinten da müssen wir hin und da können wir wahrscheinlich dann ihn finden schätze ich jetzt einfach mal so wir müssen natürlich erstmal hier hinten lang denn wieder ein bisschen mit dem boot schippern und damit weil wir mich hier oder hier hinten anlegen können und das machen wir jetzt ja ich werde versuchen das jetzt natürlich in dieser folge hier zu schaffen versprechen kann ich es euch allerdings nicht aber mal sehen so muss ich jetzt mal ich kann auch eigentlich hier hinten also von da nach da drüben aber das quatsch weil hier sind wir irgendwelche viecher das heißt ich gehe geradeaus weiter genau ach so bevor wir das jetzt machen es gibt noch eine sache die ich euch mal zeigen wollte und zwar war das fähigkeiten gedankenspiele fallmappe inventar bei inventar war es genau es gibt sachen die wir herstellen können und zwar ein erste hilfe set das wollen wir jetzt gerade dazu fehlt uns jetzt allerdings noch einmal alkohol und wir machen das wir können auch munition herstellen so ihr seht schon ich habe jetzt alles verbraucht was wir hatten noch nicht ganz okay aber jetzt bin ich zumindest vorbereitet ich könnte nämlich nämlich jetzt auch heilen das wäre glaube ich sogar bitter nötig denn wir sind ziemlich schwer angeschlagen und ja ich bin jetzt mal gespannt was als nächstes passiert so dann fahren wir mal mit dem boot und den anderen teil der stadt zu erreichen wir sollten auf jeden fall wenn wir jetzt das hier gemacht haben vielleicht noch ein paar nebenaufträge erfüllen so jetzt müssen wir eigentlich schon richtig sein ist auch eine anlegestelle für was auch immer ich schätze mal dass da ein auftrag irgendwo ist so bin ich denn gut jetzt ja dann müssen wir noch mal nach rechts und dann bei der nächsten geradeaus kann man sagen beziehungsweise wieder nach links okay mal gucken wir müssten eigentlich schon fast da sein der teil sieht ja natürlich schon ziemlich heftig aus ne von der stadt ich glaube hier ist es da müssen wir anlegen perfekt so da haben wir angelegt und jetzt brauche ich eigentlich nur ins krankenhaus gehen und dann haben wir es geschafft so warte mit dem gerade los der hat uns irgendwie belästigt first aid ja dann nimm es doch raus also wirklich manche autos sind zum beispiel noch ganz und andere sind komplett zerstört ich auch lustig ist eigentlich irgendwas was man öffnen könnte ne da hinten ist aber ein offenes gebäude ich gehe mal kurz rein vielleicht finden wir da irgendwas von wert oder aber man findet gar nichts da geht es nach oben kann ich eigentlich rüberspringen weiß ich gar nicht ok hier geht schon mal nicht weiter ne ich kann glaube ich nicht springen oder ich kann mich nur ducken und schlagen ok hm da gibt es den sicherungskasten ok dann gehen wir jetzt ins krankenhaus ich würde mal schätzen dass der captain sanders irgendwo hier zu finden sein wird aber das kann ich nur vermuten sieht richtig aus oder ja ja da haben wir eine 2 patiente oder besucher warten sie lassen sie dr grant raten besucher auch wenn sie ein bisschen blass sind sie haben nicht zufällig kopfschmerzen oder kopfschmerzen nein ich habe keinerlei beschwerden ach dann sind sie eine ausnahme dieser tage das krankenhaus quillt förmlich über ok ich suche nach jemandem der erst seit kurzem hier ist hat eine schlimme verletzung die ganze unfallstation ist voll mit solchen patienten sir ok vielleicht hilft ihnen das hier weiter der kerl hat eine tiefe wunde von einer axt in der schulter sir ich habe wirklich keine zeit mich jetzt durch ihre akten zu kämpfen aber sie können gerne einen blick in unser archiv werfen wenn es ihnen so wichtig ist ok danke kann ich irgendwie helfen bestimmt kein leichter job unter diesen bedingungen brauchen sie hilfe nun die brauche ich tatsächlich aber sie könnten es dabei mit wildbeestern zu tun bekommen wäre das ein problem natürlich nicht ich nehme es mit jedem auf ganz gleich ob mensch oder bestie ich helfe ihnen wusste ich's doch ich habe es mir zur aufgabe gemacht die wildbeester zu erforschen aber benötige mehr informationen um zwei meiner hypothesen zu bestätigen die eine bezieht sich auf die vielarmigen kreaturen die andere auf die speienden humanoiden ok was haben sie bisher über diese vielarmigen kreaturen herausgefunden einer meiner früheren patienten sah sie vor der flut in seinen albträumen leider bin ich verhindert und kann ihn nicht aufsuchen aber er muss etwas wissen hier ist seine adresse ok danke es gibt auch speine humanoiden die kenne ich gar nicht diese abscheulichen würger wirken fast menschlich aber was könnte ein menschen in solch einen monstrum verwandeln Jim Bells einer meiner patienten wurde mit symptomen eingewiesen wie man sie von cholera patienten kennt aber dann verwandelte er sich in eine dieser kreaturen ist das zu glauben hier haben sie seine adresse finden sie heraus was passiert ist alles klar können wir machen wiedersehen ok wir sollen uns umsehen hat er gemeint ich wollte gerade fragen ob er irgendwelche ja Drogen nimmt oder so aber ne ah was haben wir denn hier im Schrank Patronenhülsen und Schießpulver da können wir uns nämlich neue Munition herstellen da ist der Arbeitstisch was haben wir denn hier eigentlich Operation das sieht aus wie ein Operationssaal Entschuldigung was haben wir denn hier ein Sarg Kordit und Schießpulver ok klares Wasser ok wir müssen wahrscheinlich nach oben nochmal um das wie gesagt abzuarbeiten so wo sind hier ist er also Captain Senders wurde verletzt genau der Hafenmeister sah wie Captain Senders die Anlegestelle verließ der einzigste Überlebende der Kampfhandlung an der Anlegestelle der Anlegestelle 3 in Grimmhafenbay ist ein Mann der nur schwer an der Schulter verletzt ist Captain Senders ist der verletzte Mann und versucht nun sicher medizinische Hilfe zu bekommen genau so Patient auf jeden Fall Zeitraum ist nach der Flut und Abteilung ist entweder Behandlung oder Genesung machen wir mal Genesung findet da nix ok dann Behandlung was steht denn hier Peter Crowley männlich 29 aus Oakmont Multiple Verbrennung und Brüche im Brustbereich und Gesicht infolge einer Explosion mehrere Eingriffe vorgenommen darunter Wundbehandlung und Gesichtsoperationen Prognose gut Bettruhe empfohlen Joseph Wudo männlich 39 tiefe Schnittwunde an der rechten Schulter Schlüsselbeinfraktur Schnittwunde genäht Knochenbrüche gerichtet und verbunden keine Anzeichen eine Infektion Prognose gut Bettruhe empfohlen also ich würde mal schätzen das ist derjenige mit dem wir uns unterhalten müssen wo der jetzt zu finden ist weiß ich nicht aber das ist auch wurscht wir kontrollieren jetzt ihre Etage einmal gründlich der fässt sich schon mal an die Schulter was haben wir denn hier Munition cool ok ok das ist die Toilette und die Dusche gleichzeitig was ist das für ein Krankenhaus ok ok tut mir leid gute Besserung wiedersehen also er ist definitiv nicht aber dieser Willow könnte es sein Willow Willow er hustet ein bisschen ok ok der wird es schon sein ich guck mich aber nochmal kurz um bevor wir das jetzt hier machen hallo werte Schwester oder Ärztin ich benötige Hilfe ok die guckt sich anscheinend ein Blutbild an ah da haben wir noch was nehmen wir mit Schießpulver und Patronenhülsen können wir uns neue Munition herstellen oh je was ist mit ihrer Schulter passiert das war ein verrückter war eine Schlägerei in der Bar hat mich böse an der Schulter erwischt kann ich ihnen irgendwie helfen ich suche nach jemandem Kapitän Sanders Kapitän Sanders nie gehört ich bin Joseph Willow vielleicht sollten sie sich woanders umhören mh ok schon komisch in ihrer Krankenakte steht etwas von einer Axtwunde wie sie sich auch ein gewisser Kapitän Sanders beim Hafenmassaker zugezogen hat raus mit der Sprache in die Tiefen damit wer hat sie geschickt ich stelle hier die Fragen Freundchen ist ja gut aber erst sagen sie mir wer sie sind alles klar das kann ich sagen ich stelle Nachforschungen über die Expedition ein wird ja auch stimmen ne Charles Reed Privatdetektiv Throckmorton möchte wissen was mit seiner verschollenen Expedition geschehen ist Throckmorton lässt also endlich von sich hören ich wusste dass mich jemand wie sie früher oder später finden würde ich denke es wäre noch untertrieben zu sagen dass ihre Expedition in einem Desaster endete es gibt Dinge die besser niemals jemand zu Gesicht bekommen hätte Mr. Reed hätte ich das doch nur vorher gewusst vielleicht wären sie dann noch am Leben die Wissenschaftler meine Mannschaft keiner von ihnen hat das Schicksal verdient das sie ereilt hat ok Albert hat die Expedition überlebt genau ich werde da übrigens alles nacheinander fragen das macht mit mir Sinn Wussten sie dass Albert Throckmorton es an Land geschafft hat? Albert hat überlebt? Ist er hier? Nein, er ist tot wie die anderen er wurde am Hafen ermordet aber was ist den anderen Expeditionsteilnehmern widerfahren? ich ich weiß es nicht ihr meine Mannschaft ließ sie zurück unter Wasser ich ordnete einen Rettungsversuch an aber dann drohten meine Männer mit Meuterei ok warum haben sie die Tore zurückgelassen das würde ich nämlich gerne auch mal wissen sie hatten gute Gründe die Teilnehmer der Expedition ihrem Schicksal zu überlassen nehme ich an sie waren nicht dabei Tag für Tag auf diesem Schiff das war der reinste Albtraum wir sahen schreckliche Dinge keiner von uns wagte es zu schlafen das war eine Expedition in verfluchter Gewässer das sage ich ihnen ok erzählen sie mir was beim letzten Tauchgang geschehen ist es gab immer feste Regeln die Taucher gingen nach unten und tauchten dann zu einem vereinbarten Zeitpunkt wieder auf aber in diesem Tag kam keiner zurück ich schickte dann ein paar Männer runter um nachzusehen zurück kamen sie mit Albert und sie alle waren fast verrückt vor Angst ok wir haben ja auch gesehen in der letzten Folge dass sie viel getrunken haben ich war auf der Titania bevor ich hierher kam allem Anschein nach wurde ganz schön viel getrunken warum weil es sonst eine Meuterei gegeben hätte und weil alle verzweifelt waren nach Tauchgängen wie diesen würde jeder zur Flasche greifen die Tauchgänge haben ihrer Mannschaft also ganz schön zugesetzt aber was geschah im Hafen ich weiß es nicht die Männer waren ruhig bis wir angelegt haben und dann dann sind sie ausgerastet viele gute Männer haben ihr Leben gelassen mhm ja das stimmt schon wonach hat die Expedition gesucht genau was hofften sie unter Wasser zu finden den Grund für all das die Monolithen die Flut die Monster die Wissenschaftler fanden am Meeresgrund Risse und sie versuchten herauszufinden wie der Wahnsinn damit zusammenhängen könnte glauben sie wirklich dass Risse am Meeresgrund eine Hysterie an Land auslösen können wir verbrachten Tage bei diesen Rissen wir hörten Dinge und sahen Dinge die unsere Blicke erwiderten ok könnten sie mich zu der Stelle bringen wo der letzte Tauchgang stattfand auf keinen Fall sie dürfen nicht zu ihnen Mr. Reed das wäre reiner Selbstmord oder schlimmer ich war Taucher bei der Navy Kapitän und bei allem Respekt ich habe keine Angst vor Gespenstern das mag sein aber ich bringe sie nicht dorthin und ohne vernünftige Ausrüstung können sie eh nicht zu ihnen ok das stimmt also erstens brauche ich das Logbuch des Schiffes und wo kriege ich einen guten Taucheranzug her Wissen sie wo man hier einen guten Taucheranzug bekommt? meine Männer hatten ihre aus einer Fabrik für Taucherzubehör hier in der Stadt wenn sie sich wirklich nicht von ihrem Vorhaben abbringen lassen wollen schreibe ich ihnen die Adresse auf Danke wo befindet sich das Logbuch der Titania? ich trug es bei mir als ich hierher kam ich kann mich noch an den Operationssaal erinnern aber als ich wieder zu mir kam war es weg ok so kann ich jetzt eigentlich irgendwas miteinander kombinieren? ne ne? doch kann ich äh verwunderter Seemann und Mannschaft hier steht Vorkommnisse auf der Titania die Mannschaft der Titania war verrückt geworden und es kam deswegen zu einem Massaker am Hafen genau das ist passiert aber da fehlen noch einige Sachen wahrscheinlich muss ich dazu dann noch äh mit dem Taucheranzug dann äh an dieser Stelle tauchen wo die Wissenschaftler verschwunden sind ich glaube wir haben unten äh so eine Art Tisch gesehen ne? ja nehmen sie die Sachen vom Patienten und bringen sie sie in den Lagerraum ok der Lagerraum wow was war das gerade? oder? der Lagerraum ist gleich hier das haben wir durchsucht ist ein bisschen dunkel ah was haben wir denn da? was steht denn hier? äh ich kann das gerade nicht lesen ne? Mannschaft klagt über Geräusche und Schlaflosigkeit Fische seltsam 22. März erreichen den Mannschaft hatte Halluzinationen 23. März gab rum aus sollte sie ablenken fanden unter Wasser Hohlraum mit Sauerstoff nahe Felsriff Devils Thies unweit der Stadt Wissenschaftler entdeckten alte Mauern forderten Kisten mit Ausrüstung an 24. März schickte Tate und Myers nach unten nachdem niemand aufgetaucht war kam nur mit Albert Trockenrotten zurück und der ist völlig wahnsinnig äh Mannschaft setzte Albert in Rettungsboot wollte eingreifen und dann kam es zur Meuterei ok aber weiter scrollen kann ich nicht gut ja hab ich jetzt noch irgendwas das kann ich noch nicht kombinieren weil ich brauche wahrscheinlich dafür noch eine andere Sache so warte mal Fallmappe hier das ist ganz wichtig kann ich das mal Hinweis anheften genau Captain Sanders Mannschaft hatte ihre Taucheranzüge aus einer Fabrik für Taucherzubehörer in der C. Smith Avenue zwischen Le... Smith Avenue? C. Smith Avenue zwischen Levy Coffin Avenue und der Deep Shore Road im westlichen Teil des Grimhafen Bay Grimhafen Bay oh Gott so... Grimhafen Bay ist hier der C. Smith Avenue soll das sein C. Smith ok gehen wir erstmal nach unten aber das ist ja das ist ja wieder Süden hier hinten ja das ist Süden der südliche Teil das ist der westliche Teil eigentlich hier ist die Deep Shore Road so... Elmo Inn Privateer das macht eigentlich keinen Sinn so da ist Deep Shore Road da ist Levy Coffin das kann ich nicht lesen C. Smith Avenue das heißt also irgendwo hier zwischen diesen Bereichen haben die Leute das gekauft ne das heißt also ich mach mir jetzt eine Markierung einfach mal hier hin und das sollte uns dann an die richtige Position bringen hoffe ich zumindest weil da brauchen wir natürlich jetzt die nächsten Sachen ich glaube aber dass ich irgendwo noch was vergessen habe ne warte mal Karte alle Hinweise gefunden habe ich im Krankenhaus denn alle Sachen gefunden da habe ich auch alle Hinweise gefunden ok dann haben wir das auch schon mal geklärt wir haben jetzt hier gleich ein Boot oder ich gehe hier hinten lang wo ich hergekommen bin ist glaube ich am besten zu merken und von da aus äh gehen wir denn da hin wo ich mir die Markierung gesetzt habe weil ich will unbedingt diesen Auftrag jetzt erfüllen dann äh haben wir nämlich die Folge im Kasten so wo haben wir denn das Boot da haben wir es kann ich hier noch irgendwas mitnehmen sieht leider nicht so gut aus ok schade eigentlich ich muss wahrscheinlich erstmal hier rüber perfekt ist das richtig? das ist es ja ok genau dann gehen wir nämlich gleich hier lang dann da runter und dann das ungefähr hier ankommen oder aber wir machen das anders ich fahre hier runter da runter und dann müsste ich aber da lang um da hin zu kommen aber da brauchen wir eh wieder ein Boot das ist eigentlich gehopst wie gesprungen aber dann sparen wir uns den ganzen Landweg ich guck gleich nochmal auf die Karte so genau das heißt also ich müsste jetzt rein theoretisch da lang fahren haben wir eine Harpune da vorne eigentlich? das ist so komisch aus oder soll das ein Gewehr sein? ups ah wo bin ich denn jetzt überhaupt? bin ich jetzt richtig? boah ich sehe hier manchmal echt so komisch durch da kann man ja jetzt spielen nichts dafür das bin ich aber bis jetzt macht es eigentlich mega viel Spaß muss ich sagen also die Geschichte ist großartig die Synchronsprecher sind wirklich der Wahnsinn die Grafik fetzt ja ich spiele es hier wie gesagt auf der Playstation 4 Pro ich weiß natürlich nicht ob es jetzt pro enhanced ist oder so aber ich finde es auf jeden Fall grafisch gesehen ziemlich gut so jetzt müssen wir gleich wieder hier rum fahren weil dann sparen wir uns den ganzen Landweg da angelt jemand ok man muss natürlich selber rausfinden wo das ist aber wenn du Detektiv bist macht das natürlich auch Sinn so muss ich noch ein Stück jo weiter geradeaus kann man sagen wenn wir nämlich einen Taucheranzug haben dann haben wir zumindest schon mal die Möglichkeit hier wahrscheinlich denn irgendwo vielleicht sogar ein Schiff zu ordern oder so aber ich glaube wir müssten dazu hundertprozentig Mr. Throckmorton dazu befragen wir haben ja ein bisschen was herausgefunden ne so hier müsste ich eigentlich richtig sein genau jetzt geradeaus ok ok da streiten sich zwei Leute genau wenn sich zwei streiten folgt sich der dritte oh da ist gar nichts drin hm schade eigentlich ok ey ich dachte gerade was ist denn das für ein Lichtbogen so wir sind ja fast da nur noch ein bisschen geradeaus und dann da hinfahren das Ende der Welt ist nah nimm mal andere Drogenkumpel du wirkst angespannt Schätzchen du musst dich mal richtig gehen lassen ja geh mal mit dir alleine und nicht mit mir ok du kannst jemand anderen anstecken aber nicht mich so mit deiner Krankheit ok wir sind fast da schätze ich mal schätze ich mal jetzt was ist das hier das könnte es sein ich kann ja nämlich anlegen mal die Taschner mit der Hand der wird hier gerade gar nichts angezeigt aber das kann ja nur hier sein ne also wisst ihr Leute das Problem ist das ist genau das was ich hier gerade mache oder es könnte auch hier hinten sein aber das macht es ja auch nicht oder vielleicht ist es doch hier eher auf die Seite können wir das verschieben hier stellen wir das erstmal da hin dann haben wir halt zwei Punkte schon komisch weil da ist auch so ein Ding ne aber ich kann da glaube ich nicht rein hier weg da danke so geradeaus genau und dann müsste es vielleicht da sein ich habe sonst keine Ahnung wo es sonst sein könnte wirklich da fällt mir gar nichts ein Lassen Sie das tut mir leid ich werde mal kurz die Sicht nutzen man sieht nämlich mehr was ist denn da da wohne eine Stelle markiert ist es das hier oh ne das könnte es hier aber sein das könnte es hier aber sein oh Gott diese Viecher muss ich ah shit die Reister kann ich mir auch eigentlich heilen okay das ist schon echt kacke okay den haben wir ich glaube der Revolver ist unsere stärkste Waffe kann das sein was ist das denn für ein Vieh also die ganzen Kreaturen sehen echt merkwürdig aus oh ich habe nur einen Schuss habe ich Munition es hört sich furchtbar an da habe ich nichts gekriegt oder ich glaube hier unten sind noch mehr puh aber das geht gut weil ich sehe nicht was ich aufgenommen habe ist das normal also es kann nur eigentlich irgendwo hier sein das Problem ist aber ich komme noch nicht rein oder ich habe es nicht gesehen wie Tellerfalle da ähm Alter, das ist echt gruselig, Leute. Hier ist noch mehr zum Plündern. Federn, Patronenhülsen, Schießpulver. Oh, was haben wir denn da? Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht so eine Art Möglichkeit, sich teleportieren zu lassen oder so. Okay, wir können eventuell nochmal Munition herstellen. Ja, sechs Schuss dafür. Erste Hilfeset, da fehlt uns leider zweimal Alkohol. Schade. Ups. Ey, hier ist noch irgendwo irgendwas. Ah, ja. Das war klar. Was zum Teufel waren das? Was zum Teufel war denn das? Ist das eine Puppe? Alter, was ist denn das für eine gruselige Scheiße? Ritualdorch. Alter, das ist gruselig. Eigentlich suche ich noch was ganz anderem und jetzt finde ich hier eine Puppe. Alter, das ist creepy. Ich will nicht wissen, was die mit der Puppe gemacht haben. Okay, ich suche eigentlich immer noch nach was ganz anderem. Ich höre das Vieh immer noch. Nicht darüber. Nee. Aber ich kann nach oben. Oh, nee, Mann. Wie kommt denn das vier hoch? Nein! Oh, fuck! Mann, Mann! Alter! Das ist ja mal stark! Ich glaube, da brauche ich einen Revolver. Ich hoffe, das hat's direkt da vorne gespeichert. Sonst kann ich alles nochmal machen. Und eigentlich wollte ich ja die Taucherstation finden. das kann's doch nicht sein. Oder doch? Nee. Ist ja weiter außerhalb. Komm schon. Also das ist, das war jetzt wirklich creepy mit den ganzen Viechern. Aber leider ist die Zielgenauigkeit Scheiße. Hä? Bin ich denn jetzt? Oh, das Spiel speichert ja mal merkwürdig. Ey, wenn jetzt die ganzen Gegner wieder da sind, krieg ich echt die Krise. So, wo bin ich denn jetzt? War ich nicht hier hinten irgendwo? Gott, ich seh hier nicht durch, ey. Nee, ich muss da jetzt den gleich mal speichern. Nee, da drin war ich nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich war. Ich war doch... Doch, ich bin richtig gewesen, Alter. Ey, ich konnte völlig durcheinander. Mein Gott, wie... Was ist denn dran? Mir hat mein Controller gerade eine kleine Macke. Wenn ich das nämlich jetzt gemacht hab, dann können wir nämlich das machen, was ich eigentlich tun wollte. So, wo war das jetzt? Hier, ne? Genau. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich werde langsam übler, Alter. Mein Gott, was war denn das jetzt schon wieder für Kacke? Oh Gott. Ey, da wirst du ja völlig bekloppt. Also, das wird nix. Gut, dann hat's erledigt. Wir haben zumindest die untere Gegend erkundschaftet. Ich hab aus Versehen die alte Frau erschlagen. Eigentlich müsste es genau da sein und es ist da nicht. Ich versteh's nicht. Oh Mann, was ist das hier? Ja, ich glaube, das ist es, oder? Ja, okay. Also, ohne Heilung geht jetzt gar nix. Mein Gott. Oh, die sind aber schnell. So, haben wir. Gut. Wo krieg ich jetzt hier die komplette Taucherausrüstung hier? Ah, wahrscheinlich die hier. Nein, diesem hier hätte ich nicht einmal für eine Minute Luft. Ja, okay. Patronenhülsen. Hier ist gerade nix. Da auch nicht. Noch mal ein bisschen Zeug. Okay, Patronenhülsen sind gut. Können wir uns neue Munition herstellen? Schießpulver. Gut. Der sieht gut aus da vorne. Schießpulver. Patronenhülsen finde ich gut. Munition. Okay, haben wir ja fast wieder das, was wir vorher hatten, ne? Sonst ist hier nix mehr. Aha. Ich habe alle Hinweise gefunden. In einem rostigen Tauchanzug riskiere ich sicher nicht mein Leben. Jo. Okay. Haben wir ja alles herausgefunden, was wir herausfinden mussten. Schießpulver. Du kriegst immer nur einen Schuss. Das ist ein bisschen traurig, aber gut. Ähm, warte mal. So. Drei Schuss ist besser als nix. Fallmappe. Ein Tauchanzug, wie wir ihn auch bei der Navy hatten. Er ist alt, aber im guten Zustand. Bis zu einer Tiefe von etwa 100 Metern sollte ich damit keine Probleme bekommen. Okay. Ich denke ich auch... Ich kann schwimmen. Aber tauchen oder so kann ich nicht, ne? Hey, geh doch mal raus. Was war das denn jetzt? Und ich habe keine Heilung mehr, oder? Mist. Das war jetzt vielleicht keine gute Idee. Ich habe hier noch irgendwas, was ich mitnehmen kann. Anscheinend nicht. Mir sagt man auch, ich habe alles herausgefunden. Okay. Das ist gut. Dann kann man das nämlich entfernen. Das ist beides hier. So, das hätten wir geschafft. Ich bin gerade am überlegen, was wir als nächstes eigentlich machen müssten. Weil sollte ich eigentlich schon für die Expedition tauchen, oder sollte ich erst zu Mr. Throckmorton gehen? Das ist jetzt die Sache. So, was haben wir denn eigentlich hier? Oh, das sind alles Nebenaufgaben. Oh Gott. Oh Gott. Ich wusste... Okay. Ich wusste ja, dass irgendwas wichtig ist. So, was haben wir denn hier eigentlich? Devils Tees. Ja, da ist es, wo wir eigentlich hin müssen. Damit werden wir uns aber eigentlich erst in der nächsten Folge befassen. Ja, ich würde jetzt hier die Folge beenden. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns auch bei der nächsten Folge von The Sinking City. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, oder was auch immer. Bis denn. Und tschüss.